Dann werde ich euch ein wenig zuquatschen, schätze ich. Auch wenn ich natürlich das Game noch weiterspielen werde und die 100% machen werde, aber ich schätze, die meisten werden, wenn sie es nicht schon getan haben, an dieser Stelle aufhören. Und, ähm, also ich fand allgemein das Game, von den various Teilen, die ich gespielt habe, hat mir dieses Game am allerbesten gefallen, würde ich sagen. Was vor allen Dingen daran liegt, dass das Kämpfen einfach wirklich sehr viel Spaß macht. Die Charaktere haben alle ein eigenes, besonderes System. Jeder spielt sich anders, es ist nicht einfach nur quasi ein Skin und die Angriffe machen quasi bei jedem Jaws dasselbe. Sondern es ist halt wirklich was Besonderes und einfach nur den Charakter zu wechseln und jemand anderen zu spielen. Das zeugt dafür, dass die sich natürlich ständig wiederholen, den Ivaroks und Kinox und Löwen, nicht, ähm, das ist eigentlich langweilig, um das zu machen. Ähm, außerdem muss ich sagen, dass es, ähm, ein sehr großer, sehr großartig war, das auch sehr schwer durchzuspielen. Normalerweise mache ich das bei Warriors Teilen eigentlich eher nicht, weil die leiden eigentlich häufig darum von Balancing-Problemen und blöden Startups. Ich meine, ihr habt mich auch umragen sehen, das ist ja auch zur Genüge passiert. Aber es hält sich in diesem Teil deutlich stärker umgrenzend, als ich es von anderen Warriors Teilen gewohnt habe. Es gab zwar halt die ein oder andere Mission mit geschissenen Zeitnummern, die nicht hätte sein müssen, aber im Prinzip war das Game wirklich gut designt. Ähm, vor allen Dingen halt, was das Kampfsystem angeht. Das fühlt sich so intuitiv an. Das Timing für die, ähm, die, die Attacken-Hogel zum perfekten Ausweichen, das ist so knapp und, ähm, schwierig auszuführen, wie ich es in auch keinem anderen Game bisher erlebt habe. Und, ähm, die verschiedenen Module preppen das dann noch auf und, äh, die Stäbe, die man noch einsetzen kann. Also, man, man hat einfach sehr viele Optionen und dadurch wird dieses sich häufig dann am Ende doch wiederholende, äh, Content, der halt auch ein bisschen an Breath of the Wild liegt. Ich meine, sie haben ja schon mit Super und Astro ein bisschen Variabilität reingebracht. Bei Astro fand ich, den hätten sie euch mal auch öfters in Nebenmissionen bringen können oder überhaupt. Weil ich fand, den, den hab ich einfach dann vermisst und jetzt nur am Ende nochmal, einmal kurz aufgetaucht. Und, dann wäre auch schon, schon weg. Den fand ich, den hätte man ein bisschen präsenter machen müssen. Super hat man oft genug gesehen. Die Hinuxe und Leun kamen auch schon häufiger vor, als mir lieb ist. Und, ja, ich finde, auch diesen, diesen besonderen Kampf gegen den Rubel und so, das hätte man, finde ich, vielleicht ein bisschen besser verteilen können. Es gab da so zwei, drei Hauptmissionen auch gegen Ende des Plateaus und die Festung, wo halt einfach nichts Neues mehr passiert ist und das fand ich dann ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht auch, ähm, die Charaktere aus der Zukunft, anstatt dass die alle auf einmal kommen, ein bisschen mehr verteilen sollen über die Mavs. Gerade diese eine Mission, wo man nur auf Zeit zwei Überrocks bekämpfen musste. Das war nun mega langweilig. Und die Quelle des Mutters mit dem blauen Winox-Espos, das war auch, da hat man sich gefragt, ja, irgendwie ist da gar nichts passiert. Gut, in der Story ist da auch nichts wirklich groß vorgekommen, also, davon abgesehen, hat mir das Game trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und wird es auch noch weiterhin. Oh, und auch die Nebenmission, ähm, also gerade bei High Wolverine für Wii U, das hatte das Problem, dass da wirklich sehr viel Farming und so, äh, dabei war. Aber ich muss sagen, bei diesem Game hat sich das Farming total in Grenzen gehalten. Klar, es gibt sehr viele Nebenmissionen, aber auch die hatten sich eigentlich gar nicht mal so oft wiederholt, wie ich finde. Und, also, hatten schon viel Abwechslung geboten mit, äh, jetzt, jetzt mach mal hier Vorposten und so. Also, das fand ich eigentlich ganz gut gebalanced. Und auch, was die, ähm, die Materialien, die man braucht, also, das gefällt mir deutlich besser, als ich es in anderen Warriors-Teilen gesehen habe. Also, ja, was ich sagen wollte, diese Mission hier abzuschließen, ich musste kein einziges Mal eine Mission doppelt machen oder irgendwo formen, ne? Das ist eigentlich perfekt gebalanced, dass man dann einfach eine neue Mission abschließt und dann kriegt man den Stuff zusammen. Und das finde ich super, dass es so funktioniert. Und, ähm, bis zum Schluss, also, fand ich, dass es eigentlich kaum eine Folge gab, wo ich nachher gesagt habe, hm, das war jetzt ganz langweilig. Und bis auf die Quelle des Mutes fand ich nicht so toll und, 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 das hier. Ja, das waren nicht so tolle Missionen, aber, selbst die Nebenmissionen von Dich haben sich bisher noch nicht so weit wiederholt, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Okay. Und ihr seht das jetzt sehr viel Stuff. Tatsächlich die letzte Story-Mission. 20 Stück. Ist eine gute Anzahl, aber wie gesagt, man hätte den Konten etwas besser verteilen können, finde ich. Das Gameplay ist wunderbar, die Story ist wunderbar. Eigentlich genau das, wie ich es mir von Book of the World gewünscht hätte. Sie ist natürlich weniger tragisch, weil am Ende nicht die Retten gestorben sind, der König hat am Ende doch noch gelebt und den Robo haben wir wohl auch wieder aufbauen. Ob wir super jemals wiedersehen werden, das steht noch in den Sternen, aber ich gehe stark davon aus. Also, das ist vielleicht ein bisschen schade, dass es nicht ganz so tragisch ist, wie die Story von Book of the World. Aber dafür darf man die Story auch richtig erleben, ja. Es gab coole Cut-Scenes, wo die Charaktere kämpfen. Es gab, ähm, ja, es gab traurige Szenen, es gab spannende Szenen, es gab lustige Szenen auch, wo sie einfach nur ein bisschen rumgealbert haben. Also wirklich ein rundes Paket einfach und da können sich Book of the World zwei hoffentlich eine große Scheibe davon abschneiden. Auch von diesem feinen Boss, der war einfach nur mega gut. Sicherlich treffen wir den auch noch einfach wieder in irgendeiner Nebenmission, die mega im Game ist. Aber werden wir sehen, das ist auf jeden Fall stark für zukünftige Folgen. Wenn ich noch irgendwas einfällt, was ich zu dem Game sagen möchte, in Hinsicht auf, wie sehr es mir gefallen hat, werde ich das vielleicht entweder ganzer zum Schluss tun, nach den letzten, äh, nach den 100 Prozent einfach. Auf jeden Fall war es ein sehr schönes Finale, das mich sehr überzeugt hat. Ich werde sehr traurig sein, wenn das Game vorbei ist, weil es macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Dann könnt ihr gerne mich mit einem Daumen, ähm, na ihr wisst schon, da ist so ein Knopf, den kennt ihr vielleicht. Und den könnt ihr gerne drücken, das nennt man dann den Daumen hoch. Und dann sehe ich euch vielleicht wieder in der nächsten Folge, wenn es dann heißt, Postgame anfangen und wahrscheinlich wieder sehr viel Leiden. Ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Und bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.